Die Wettershow. 25 in Rom und 27 in Bukarest. Heute erwartet uns recht feines Wetter bei uns in Österreich. Land auf, Land ab wird es kein Regenschaum mehr geben. Einige Wolken mit dabei, Temperaturen angenehm. 20 Grad in Zwettel, ebenso in Linz. 21 Grad in Lietzen, 23 in Wien, 25 in Graz und in Klagenfurt. Etwas wärmer, dann hier mit 28 Grad. Die kommen 24 Stunden im Westen. Die restlichen Wolken werden sich auflösen, werden viel Sonnenschein erleben und maximal 25 Grad. Vom Regen hier keine Spur mehr. Im Osten auch ein recht ähnliches Bild. Sonne und Wolken gemixt den ganzen Tag. Die Temperaturen angenehm mild, 23 Grad hier der Maxi-Wert. Wir kommen zu den kommenden 7 Tagen im Westen. Hier steckt das lange Wochenende schon in Startlöchern. Donnerstag, Feiertag, hier leider etwas Regen. Aber damit ist es von Tag zu Tag besser und dann schon richtig heiß. Sonntag, Montag, 31 Grad. Im Westen die erste Hitzewelle kommt. Und im Osten strahlender Sonnenschein. Morgen mit dabei. Am Donnerstag dann doch etwas Regen. Aber schon am Sonntag wird es warm und es wird heißer. Montag sogar 32 Grad. Der Sommer, er kommt. Wie war es? Wie war es?